Willkommen zurück bei Golden Sun. Ich habe das Gefühl, ich brauche irgendwas, was ich nicht habe. Ich habe jetzt so lange rumprobiert und ich komme auf keine Lösung. Ich gehe jetzt. Ist mir doch viel zu blöd, so wichtig würde es schon nicht sein, was wir da finden. Hauptsache, wir kommen weiter nach unten. Was ist das eigentlich jetzt? Ich verstehe. Ihr behütet immer die Tür. Aber ihr gebt mir jetzt alle auf den Sack. Deswegen rufe ich mal meine Dschins. Hier ist nämlich Wayne, ob ihr das mögt oder nicht. Und du könntest eigentlich mal Isaac entdecken heilen. Pam, 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 pam. Das reicht auf jeden Fall. Das werdet ihr nicht überleben. Doch, du sogar. Echt krass. Danke. Pam. Die Türbeschützer. Alter, du lebst immer noch. What the heck. Wieso lebst du noch? Danke, Felix, auf damit. Stürm. Irgendjemand hat ein Level ab und irgendjemand hat noch ein Level ab. Auf welchem Level sind wir denn jetzt? Sehr gut. So. Nein. Schleusen-Rätsel. Ach nee. Die hatten wir doch erst. Geld. Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Ich bin Schleusenrätsel übrigens ultra beknallt. Aber dann lösen wir das halt. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus, oder? Zumindest mal für die eine Kiste da. So, äh, ist das was ja eklig. Ich glaub, an die kommen wir jetzt schon mal ran. Ich find's übrigens sehr entspannt, dass hier keine Gegner kommen, oder so gut wie keine. Weil ich mich da endlich mal auf den ganzen Rotz konzentrieren kann. Yay! Ninja gewarnt! Ja doch, hat schon gepasst. Kann einer das brauchen? Uh! Warum? Kannst du das nicht anlegen? Ja. Warum kann ich das nicht anlegen? Kann ich doch anlegen. Hä? Na ja. Muss ich jetzt nicht verstehen. Dann lassen wir das Wasser mal wieder ab. Ab. Brrrr. So, wo wollen wir denn als nächstes hin? Zu welcher Kiste? Mir fehlen hier ein paar Baumstämme. Den, da kann ich gar nicht bewegen. Okay. Den, da kann ich gar nicht bewegen. So, jetzt komm ich mal an die Truhe da ran. Glaub ich. Wenn ich richtig überlegt habe. Brrrr. Ja, ganz genau. Eine Glücksmedaille. Und jetzt muss ich dann nur noch irgendwie da rüberkommen. Mehr Schatztonen gab es hier nicht, oder? Der Schatzinsel. Reicht es so? Ich glaube schon. Oh mein Gott. Ich kann doch nicht richtig überlegen für sowas. Ich bin doch viel zu unterbelegter dafür. Puff. Tada. Sehr schön. Das war ein sehr gutes Schleusenrätsel. Jetzt würde es mich immer noch interessieren, ob es hier einen Endgegner gibt. Ja, ja. Ich weiß schon. Ihr seht aber böse aus. Alter, wieso? Wieso hat der sowas plötzlich? Ich liebe Ragnarok. Das wird bestimmt nicht so viel abziehen. Oh, doch. Aua. Raus mit den Dingern. Wer braucht schon Dinger? Ihr wisst schon, was ich mit Dinger meine. Magiepumpte halt. Jetzt wird es dann gefährlich. Hat einer von euch ein Gegengift? Hat Ivan ein Gegengift? Du hast doch ein Gegengift, oder? Nein, hast du nicht? Warum nicht? Oh, Mann. Dann gibst du hier halt ein Gegengift. Ich weiß nicht. Du greifst irgendwie an. Ah, du rufst deinen Djinn. War auf beide? Nein, nur auf einen. Dann gehst du nochmal mit dem hier an. Und du heilst alle. Ich habe, glaube ich, Angst, dass hier was passiert. Ah, die heben ganz schön viel aus, die zwei. Natürlich fällt jetzt der Danker vorbei. Muss den Leuten ausgerechnet heute was passieren? Oh, Spaß. Alter, ihr könntet auch mal sterben. Okay, jetzt ist es nur noch einer. Alter. Mittlerweile habe ich schon ein höheres Level. Und viel mehr Kaffee, Gott sei Dank, endlich. Weil ich glaube, das war der einzige Problem. Ah, seit wann war ich gemutet? Gemutet gegen Saturos und gegen Gennardi. Ich wollte sagen, dass eigentlich nur die Kaffee der Bruder Probleme an das Problem kommt. Natürlich hoffe ich, ich war noch nicht so lange lehnt. Meine Fresse, echt. Okay. Schritt für Schritt arbeiten wir uns hier durch. Alles Schritt für Schritt. So. Ein Elixier. Nein. Das ist ein Elixier. Ich will den Gin haben. Ich meine, natürlich will ich den Gin haben. Was ist hier drin? Geld. Alter Junge, was machst du? Du kannst nicht ständig von mir weglaufen. Bleib stehen. So hell. So hell. Leib stehen? Fang ihn mir. Och, komm schon. Wie kriege ich den? Ich will dich haben. Du bist mein letzter Erdchen. Ich sorge einfach dafür, dass ihm schwindelig wird. Wie komm ich da ran? Du musst stehen bleiben. Ich brauche Erstarrung, das habe ich nicht. Aber ich will den haben. Wieso habe ich das nicht? Wieso habe ich das nicht? Jetzt mal ganz im Ernst. Wieso habe ich das nicht? Ich will es haben. Ah, so. Hä? Das hat mir doch jetzt auch nichts gebracht, was ich denn da runtergeschmissen habe. Oh, Gott. Oh, Gott. Jetzt komme ich hier nie wieder weg. Haha. Ist mir jetzt egal, echt. Ich finde es jetzt blöd, dass ich den Gin nicht haben kann. Wo hätte ich denn das kriegen sollen? Mann. Und wieso habe ich das nicht gekriegt? Und wieso habe ich das nicht gekriegt? Endlich kannst du mal was Gescheites. Ja, der. Also. Aberth weil ich hier. Ich보다 gerne unterscheiden kann. Oh Gott. Ihr seid stark. Wieso kann sie jetzt keine Quelle mehr? Wieso kann sie jetzt gar nicht mehr heilen? Oh Gott. 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 Oh Gott.